Und Tor. 1 zu 0 für Jugoslawien durch Czajic in der 33. Minute. Sehr starker Beifall des objektiven wassitianischen Publikums. Da ist der Tor. Rivellino. Sechs Spieler außer dem Torhüter im eigenen Strafraum. Achtung! Achtung und Tor! Tor! Tor durch Gerstund! Tor durch Gerstund! Nach Fahrt, wunderschön gemacht, mindestens 25 Meter. Unhaltbar. Fantastisch. Ein herrliches Tor. Torschütze Jakovic. Aber Felix ist ein bisschen zu spät nach diesem Ball gesprungen. 2 zu 2. Jugoslawien hat ausgeklickt.